Mal kurz erklärt, was ihr auf diesem Kanal findet. Natürlich Mathe, Physik, Chemie und ein Teil auch Bio. Also wie hängt das alles zusammen? Wie hängt das mit Physik, teilweise mit Chemie und vor allem mit Mathe zusammen? Nämlich das Thema Sport, weil wir das am allerbesten kennen. Wenn ihr von diesem Mini-Video aus, also von diesem Übersichtsvideo aus, irgendwie loszieht und euch in die einzelnen Bereiche hier einklickt, dann empfehle ich folgendes. Dann ist ja irgendwann, ist man dann weg von diesem Video und weiß nicht mehr, ach wie komme ich dann zurück. Dann schaut ganz einfach auf meinen Kanal und zwar hier. Darum geht es. Um diese Lupe. In dieser Lupe da ganz einfach mal gucken. Ich habe das auch nochmal unter www.xx-yy.de erklärt. Hier auf diese Lupe klicken und dann entsprechend was eingeben. Also hier im Kanal suchen. Ich kann es jetzt mit dem Stift nicht so schön. Da würde das Video verrückt werden. Also, darauf zurück gehen. Ansonsten, wenn ihr Glück habt und zurück klickt, dann kommt ihr vielleicht auf diese Seite wieder. Aber so funktioniert es. Das ist der Trick. Na dann, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Verstehen. Es gibt nichts Schöneres als was zu wissen.